Hallo zusammen und willkommen zurück zu Sons of the Forest bei einer kleinen Höhlen-Tour. Wir sind hier, ich glaube im Süden, bei dieser Halbinsel-Formation. Und hier so eine Höhle. Und in die begeben wir uns mal ran. Mal schauen, was hier so ist. Ich war da auf jeden Fall schon mal, aber... Vielleicht habe ich ja da mal wieder irgendwas übersehen. Aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ah ja, genau, hier war ich schon einmal. Ach, das ist dieses große Gebiet. Genau, hier nach unten geht es nicht. Ein nach oben, meine ich. Oh, der schaut nicht mehr so gut aus. Hier geht es nicht mehr weiter runter. Aber dafür hier rein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Aber tatsächlich war ich hier schon mal. Je. Was für eine ekelhafte Masse. Gehen wir mal weiter. Oder ist es zurück wieder hier? Hier ist was. Schauen wir da mal rein. Ah, ja. Taschenlampenvorrichtung. Stimmt, hier kriegt man ja das Katana. Munition. Ah, hier ist auch nochmal eine Pistole. Okay. Okay. Die hatte ich beim ersten Mal hier nicht gefunden. Wie je. Hier geht es auch rein. Hier geht es auch weiter. Hier geht es auch weiter. Schauen wir mal hier. Was zum Essen. Stoffe noch mehr. Okay, hier ist noch so ein Drucker. Golfball. Ah, genau. Hier gibt es den Golfschläger. Habe ich allerdings schon. Hier ist noch ein Zettel. Okay. Da liegt noch ein Energy Drink. Golfball. Okay. Weiter geht es. Immer tiefer rein hier. Stockwerk 2. Genau. Und da mal jeden Raum durchsuchen. Das sollte man sowieso immer machen. Alles so genau wie möglich anschauen. Schrotflintenaufsatz. Okay. Eine Totenschiel in der Mikrowelle. Wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? Taktische Jacke nochmal. Die hatten wir doch schon. Also als Standard oder im Moment ist das eine andere? Winterjacke, taktische Jacke. Moment. Ach ne, das ist eine zweite. Eine Lederjacke ist das. Okay. Cool. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da stand jetzt taktische Jacke. Aber er hat die Lederjacke aufgenommen. Ich glaube, hier war das Katana. Ja, genau. Hier ist das Katana zu finden. Ich habe ja gesehen, wo man hier rein muss. Ja, die Speckstücke? Ne. Okay. Okay. Weiter geht's. Hier ist auch noch ein Raum. Das schaut nicht mehr ganz so gut aus. Wie war halt dieses Zeug? Warten wir mal. Ne, geht nicht. Ja, bäh. Genau. Geld. Okay. Warte mal, geht's da rein. Huch. Muss irgendwie so ein Robo gewesen sein. Hier geht's auch noch weiter runter. Steine. Der da ist hier nichts. Geht's auch noch weiter runter. Level 4. Ne. Da war nichts. Okay, weiter runter geht es nicht. Untergeschoss 4. Ist maximal. Hier geht's weiter raus. Oder wieder raus. Ach, das ist die Krankenstation. Genau. Hier gab's auch irgendwas zu finden. Aber das weiß ich leider nicht mehr was. Musik. Ah, Fledermäuse. Erschreckt mich doch nicht so. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Gucken. Okay. Jetzt hier wieder raus. Ja. Okay. Lampe weg. Wo sind wir jetzt? Mhm. So ein bisschen daneben. Zwischen der Höhle und dem. Zwischen der Höhle und dem. Okay, alles klar. Na gut. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin... Lust. Moment. Ich möchte noch was ausprobieren. Dieses Kreuz. Bringt das was? Bringt das was? Bringt das was? Er geht weg. Jetzt häng ich da irgendwo. Au. Ah, okay. Ja. Okay. Das Kreuz bringt nichts. Das Kreuz bringt nichts. Du Sack. Na gut. Okay, Leute. Oh, oh. Da kommt noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Oh, da sieht man gar nichts. Da kommt der Nächste. Oh, die Pump kann nicht so gut. Alter. Na gut, jetzt aber. Zum dritten Mal. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und da kommt schon der Nächste. Bis dann. Ciao und Servus.